Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Kotlin. Heute wollen wir uns angucken, wie ihr mit sehr, sehr großen Dateien umgehen könnt. Wir nehmen dazu allerdings auch die data.txt als Beispiel. Ich werde euch nämlich zeigen, was die alternative Art und Weise ist, wie ihr mit Dateien umgehen könnt hier. Und zwar, ihr könnt natürlich .foreachline machen und dann jede Zeile ausgeben. Ihr könnt allerdings auch, wenn ihr zum Beispiel nicht wisst, ob das jetzt eine Datei ist, die mit Zeilen arbeitet oder ob das vielleicht einfach eine sehr große binäre Datei ist oder einfach nur eine sehr, sehr große Datei, in der alles in einer Zeile steht, was häufig bei Speicherständen oder sowas der Fall sein kann. Dann wisst ihr vielleicht nicht, wie ihr damit umgehen sollt. Und ich will euch heute zeigen, wie wir eben damit umgehen können. So, das nächste, oder das erste, was wir machen, ist, wir öffnen mal wieder natürlich die Datei data.txt im Ordner data. Und was wir jetzt hier machen ist, wir rufen nicht .foreachline auf, weil wir damit jede Zeile verarbeiten, sondern wir rufen einen Input-Stream auf. Und damit haben wir direkt quasi gesagt, okay, ich möchte diese Datei buffern, okay. Das heißt, wir müssen jetzt nichts weiter machen als sozusagen definieren, was wir eigentlich gerade verarbeiten wollen oder wie viel wir verarbeiten wollen an Bytes zum Beispiel. Und das haben wir normalerweise als Byte-Array. Ihr könnt da ruhig ein Value benutzen, das ist völlig in Ordnung. Und dann haben wir hier einmal Byte-Array und dann zum Beispiel die Größe. Sagen wir mal, wie viel habe ich da reingeschrieben? Das reicht, glaube ich, für 32 Bytes. Und jetzt habe ich hier, kann ich sagen, ich möchte gerne 32 Bytes aus meinem Input-Stream lesen und hier reinschreiben, okay. Und das heißt, was ich jetzt mache ist, ich lese diese 32 Bytes mit Stream. Achso, ich sollte vielleicht den Stream hier erstmal noch speichern in einen Value-Stream. Und diesen Stream, den möchte ich jetzt prozessieren, das heißt verarbeiten. Und lese meine Bytes, beziehungsweise ich lese, was in diesem Stream drinsteht und schreibe in mein Byte-Array, das ich Bytes genannt habe, rein, okay. Und anschließend gebe ich das aus. Und das heißt, ich sage hier Printline Stream. So, wir schließen die Datei noch nicht, beziehungsweise den Stream. Das werden wir nachher machen. Ich werde nicht den Stream schreiben, das war ein Tippfehler. Ich werde natürlich Bytes schreiben. So, jetzt geben wir das einfach mal aus und gucken uns an, was da passiert. So, und jetzt sehen wir hier, hier steht ein Byte at 5A07E8, was weiß ich was. Ähm, das ist völlig korrekt so. Ihr erinnert euch, dass man Arrays eigentlich immer so in der Ausgabe gesehen hat. Jetzt müssen wir unserem Compiler nur noch sagen, als was er das Ding denn interpretieren soll. Und da das vielleicht eine sehr, sehr große Datei sein kann, wie gesagt, ihr lest hier gerade mal 32 Bytes. Das heißt, ihr habt immer nur 32 Bytes in eurem Speicher für jedes Mal lesen. Aber, ihr könnt das so oft machen, wie ihr wollt. Dazu komme ich gleich. Jetzt müssen wir nur noch ganz kurz hier dieses Bytes Array umwandeln in einen String. Und das machen wir mit ToString. Jetzt müssen wir hier angeben, was für ein Charset das denn sein soll. Quasi das, was wir hier in der Klammer gemacht haben. Hier gibt es keine direkte Möglichkeit, um das so zu machen. Also quasi, dass ich einfach diesen Stream ausgeben kann. Ähm, so und jetzt zeige ich hier einfach mal Charsets. Nehmen wir einfach mal UTF8. Okay. So. Äh, Charsets natürlich. Charsets.utf8. Und wir printen das mal aus. Und ich glaube, ich kommentiere hier mal das Printline.it oder it. Print, äh, lasse ich mal raus. Denn dann wird nur noch das hier ausgegeben. Das ist das einzige Print jetzt in dieser Datei. Das heißt, wir sehen gleich, was hier passiert. So, und wir sehen jetzt, die ersten 32 Bytes haben wir ausgegeben. Und wir haben dann offensichtlich hier die Ausgabe. Irgendwas in der Datei. Blub. Ein Bodenstrich. Zwei Bodenstriche. Das heißt, wir haben zwei Bodenstriche. Wenn wir die Dateinummer aufmachen, dann sehen wir hier offensichtlich, die Datei geht danach noch weiter. Wir sind jetzt bis hier gekommen. Das heißt, das haben wir ausgegeben. Der Rest fehlt uns noch. Was machen wir jetzt? Nun ja, das ist genau der Sinn davon. Ihr wollt damit sozusagen kleine Teile eurer Datei lesen, die aber zu groß sind für euren kompletten Arbeitsspeicher zum Beispiel. Also wenn ihr wirklich Dateien habt, die mehrere Gigabyte groß sind, irgendwelche Logdateien zum Beispiel oder sowas, dann ist das durchaus sinnvoll. Oder irgendwelche Filme, die buffern müssen oder sowas. Dann müsst ihr natürlich hier nicht in einen String konvertieren, sondern in ein passendes Format. Aber dann werdet ihr das Ganze auch in Bytes abspeichern müssen. Und ja, so werdet ihr dann quasi mit sehr, sehr großen Dateien umgehen. Denn ihr könnt jetzt hier einfach hergehen und genau dasselbe nochmal wiederholen. Das heißt, wir sagen hier, wir wollen wieder in Bytes zum Beispiel reinlesen und printen das dann aus. Und das gucken wir uns nochmal an. Und dann sehen wir hier, ah, okay, wir haben offensichtlich gerade hier irgendwas in der Datei. Blub, Bodenstrich, Bodenstrich. Das ist der erste Print hier. Und danach fangen wir an mit dem, was da noch übrig ist. Das heißt, mit dem zweiten Bodenstrich, Bodenstrich und mit diesem Sonderzeichen wie RÖÜ haben wir hier auch ausgegeben. Und dann haben wir plötzlich der Datei Ausrufezeichen Blub, Bodenstrich, Bodenstrich. Und da fragt man sich jetzt vielleicht, woher kommt das? Nun ja, die Datei war hier zu Ende. Wir haben aber versucht, einfach trotzdem weiterzulesen. Und wir sehen auch, dass es wirklich hier kein anderes Printline gibt oder sowas. Das heißt, man fragt sich jetzt vielleicht, hä, warum ist dann jetzt da hinten dran dieses der Datei Blub, Bodenstrich, Bodenstrich. Das ist ja genau das, was ab hier steht. Also der Datei, Bodenstrich, Bodenstrich. Und genau so ist es. Dieses Stream.Read Bytes, das liest einfach jedes Mal neue Bytes und überschreibt diese 32 Bytes in eurem Byte Array. Problem ist jetzt natürlich, wenn ihr keine 32 Bytes mehr in eurem Stream drin habt, also wie jetzt zum Beispiel in unserem Fall, dass wir hier nur noch dieses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bytes oder sowas drin haben, dann werden natürlich nur 9 Bytes überschrieben. Und das sind die ersten 9 Bytes. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ähm, okay, es sind mehr als 9 Bytes. Das sind 10, 11, ähm, es ist ein bisschen mehr gewesen, ich habe mich verzählt offensichtlich. Aber, ah ja, ich habe die Bodenstriche vergessen, kann das sein? Egal. Auf jeden Fall, ähm, der Teil wird einfach überschrieben und der andere Teil bleibt einfach genau gleich. Das heißt, ihr habt einfach von eurem Bytes Array hier nicht mehr die volle Größe verwendet und deswegen habt ihr da einfach nicht mehr alles überschrieben, deswegen wird das hier einfach nochmal mit ausgegeben. So, und ja, das ist auch völlig legitim so, das soll auch so sein. Was ihr dann also machen müsst, ist, einfach euer Byte Array überschreiben, damit ihr wisst, okay, das Ding ist jetzt halt einfach mal geleert, sozusagen, ähm, und wir sagen hier einfach mal sowas dazu, wobei wir es dann natürlich in eine Variable umwandeln müssen. So, und dann überschreiben wir das sozusagen und jetzt printen wir nochmal und dann sehen wir, aha, okay, wir haben offensichtlich jetzt mein Bytes Array nicht jedes Mal einfach zum Überschreiben genutzt, sondern wir, ähm, lesen halt auch wirklich nur bis zum Ende. So, und, ähm, ja, jetzt müsst ihr, oder solltet ihr am Ende, das ist einfach guter Code sozusagen, einfach den Stream nochmal schließen und dann, oh, ja, ähm, natürlich sollten wir das hier hinten dran machen. Und dann sind wir hier auch fertig mit dem Verarbeiten von sehr, sehr großen Dateien. So, ähm, beim Schreiben habt ihr das jetzt natürlich ein kleines bisschen anders. Ihr habt ja eigentlich gar nicht wirklich die Möglichkeit, hier eine zu große Datei auf einmal zu schreiben, ja. Das heißt, was ihr hier macht, ist im Endeffekt, ihr schreibt einfach immer eure Teile. Das heißt, ihr sagt, hey, jetzt habe ich meine Daten, schreiben wir sie rein. Jetzt habe ich meine Daten, schreiben wir sie rein und so weiter und so fort, okay. Ähm, wir machen hier mal nochmal ganz kurz meine Daten 2 zum Vergleich auf. Das Problem ist, dass das Ding natürlich hier immer noch, äh, existiert. Okay, das heißt, wir haben hier trotzdem nur einmal die Sachen drin und wir haben diese, diese Kotlin-Datei hier jetzt schon mindestens 10 Mal ausgeführt. Wir haben trotzdem diese Daten nur einmal da reingeschrieben. Das heißt, die werden jedes Mal gelöscht, okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier auch hergehe und meine Daten blub eingebe und dann aber nochmal files.kt ausführe, dann sehen wir, in meine Daten fällt das einfach wieder weg. Das wird einfach gelöscht. So, und das ist natürlich ein Problem. Wir wollen vielleicht auch einfach anhängen können. Und das ist das Problem, wenn ihr große Dateien schreiben wollt. Ähm, ihr habt zwar den Teil schon drin, das heißt, ihr müsst ihn nicht komplett im Arbeitsspeicher haben, aber ihr müsst sozusagen nach und nach hinten dran anhängen. Und dazu gibt es einfach ganz normale, da brauche ich kein eigenes Video dazu, da gibt es einfach ganz normale, ähm, ja, Aufrufe sozusagen. Und ihr könnt einfach sagen, hey, ich möchte hier gerne, ich kopiere einfach mal den ganzen Gramm hier, ähm, File, so, äh, File. Und nicht jetzt .WriteText, sondern einfach AppendText. Und dann habt ihr eigentlich schon, was ihr wollt. Sprich, ihr könnt einfach hier, hallo Welt, wie geht's dir, hinten dran anhängen, ja. Das heißt, der erste Aufruf hier, der WriteText-Aufruf, hat einfach komplett die ganze Datei gelöscht, während der AppendText-Aufruf, der hat halt einfach hinten dran geschrieben. Achtet auch darauf, dass hier keine neue Zeile drin ist, ähm, denn, ja, mit neue Zeile würde das hier so aussehen, ähm, sondern es wird einfach nur quasi genau dieser Text hier reingepackt. Und hinten dran steht keine neue Zeile, hier vorne dran steht auch nichts. Wenn ihr mit Bytes arbeiten wollt und Bytes wirklich reinschreiben wollt, könnt ihr das natürlich auch machen, dann habt ihr hier die Möglichkeit, AppendBytes zu verwenden, wobei das hier natürlich keine Bytes sind. Gut, und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was ihr zum Arbeiten mit sehr großen Dateien in Kotlin wissen müsst. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.